Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es geht um das Thema Wellness, Beauty, Schönheit, Entspannung, Relaxen und so weiter. Davon träumen so viele Menschen, endlich mal in die Entspannung zu kommen, die wichtigen Dinge kennenzulernen. Wir führen schon seit bald drei Jahrzehnten regelmäßig Lehrgänge durch und jetzt haben wir einen neuen Lehrgang aufgelegt, Wellness für Einsteiger. Das heißt, Sie lernen an einem Wochenende alle Dinge, die wichtig sind. Sie lernen eine komplette Gesichtsbehandlung, die Sie an sich selber ausüben können oder auch für andere Menschen, wo Sie anwenden können, etwas Wunderschönes. Also, was kommt es darauf an? Wir gehen auf die einzelnen Details ein. Das sind einfach sehr, sehr, sehr wichtige Punkte, damit Sie endlich wissen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Denn leider, leider wird viel Schindluder angetrieben auf dem Markt. Ich habe dazu auch das Buch geschrieben, ich halte es mal näher hin. Wahrheit und Klarheit im Kosmetik- und Wellnessinstitut, damit Sie als Kunde Ihre Rechten und Pflichten kennen, weil das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist ein sehr, sehr dickes Buch. Ich habe das darüber geschrieben, weil es jetzt sehr, sehr viel als Wellness verkauft, das überhaupt kein Wellness ist. Da ist überhaupt kein Wellness drin und das finde ich einfach eine Unverschämtheit. Und so haben Sie jetzt wirklich die Chance, von Grund auf Basics mitzubekommen, was alles wichtig ist, damit Sie sich in Zukunft einfach zu Hause optimal selber pflegen können oder sogar einen Gedanken haben können, eventuell sich selbstständig zu machen. Wir haben tausende von Lehrgangsteilnehmern schon gehabt, die auf eine Selbstständigkeit gegangen sind. Das ist etwas Wunderwunderschönes. Wissen Sie, nebenbei sich ein zweites Standbein aufbauen, das macht doch Spaß. In den eigenen vier Wänden oder mobil, so wie ich das damals auch gemacht habe, mobil ist natürlich das aller allerbeste, ohne große Kosten. Und das zeige ich Ihnen, das zeigen wir Ihnen an dem Wochenende. Sie haben die Praxis, Sie haben sehr, sehr, sehr viel Theorie, wo Sie wirklich alles mitbekommen, was Sie einfach brauchen, um sich echt auszukennen in der Materie, Beauty, Wellness, Schönheit, Wohnbefinden, alles was damit zusammenhängt. Und das hat natürlich auch den großen Vorteil in Zukunft, wenn Sie irgendwo am Wochenende buchen auf einer Beauty, Wellness, Schönheitsform und so weiter, dass Sie vorher genau hinschauen, auf was es drauf ankommt und damit Sie einfach nie mehr die Katze im Sack kaufen. Ich kriege das sehr, sehr oft mit, wenn die Leute mich fragen, naja, was machen Sie beruflich? Und ich dann sage, naja, ich bin im Beauty, Wellness-Bereich tätig, dass die Leute zu mir sagen, ja, ich bin da schon reingefallen und so. Also, ja, ich verstehe das. Wissen Sie, was ganz, ganz witzig ist, ich google ja auch immer mal wieder und ich überprüfe, was gibt es so auf dem Markt und da habe ich gesehen, super tolle Schönheitsfahnen mit allem Pipapo, Bad Türkeim. Ich gehe der Sache nach, habe dann festgestellt, dass irgendwo ein Dorf zwischen Bad Türkeim und Ludwigshafen, das ist ein Fremdenzimmer, was da angeboten wird und zur Beautybehandlung muss da noch Bad Türkeim kommen, ja. Hier in eine Schönheitsform, was, das ist, das kann man einfach nicht bringen, ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Was da teilweise auch als Wellness verkauft wird, das hat mit Wellness überhaupt nichts zu tun. Also, wir sind schon über 30 Jahre, ich bin schon lieber 35 Jahre, bin ich sogar schon in dieser Branche tätig, also ich weiß, worauf es ankommt und Sie erhalten wirklich alles, alles, was Sie brauchen, damit Sie viel Spaß haben, damit Sie Ihre Hände richtig anwenden können, damit Sie sich selber richtig schöne, tolle Behandlungen machen können und dass Sie auch die Chance haben, damit auch andere Menschen glücklich zu machen. Es gibt nichts Schöneres, als auch andere Menschen zu verwöhnen und denken Sie einfach so im Hinterköpfchen, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir nicht so genau wissen, wo es hingeht, wo man irgendwann, und davon bin ich fest überzeugt, ein Gehalt wird einfach nicht mehr ausreichen, wir brauchen mindestens zwei oder drei Gehälter, um über die Runden zu kommen, dass Sie einfach die Chance haben, nebenbei sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Das können Sie mit ganz, 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 ganz geringen Kosten machen, so wie ich es damals auch gemacht habe. Aber das zeigen wir Ihnen alles, wie Sie sich wirklich auf einfache Art und Weise selbstständig machen können, welche Lehrgänge auch wichtig sind, was Sie noch wissen müssen und was einfach völlig Blödsinn ist. Dann es gibt viele, viele Dinge, die angeboten werden, die brauchen wir ganz einfach nicht. Und so freue ich mich sehr, sehr, sehr mit meinem Team zusammen, Sie einladen zu dürfen, kommen Sie zu uns ins Wellnesshotel, Vier-Sterne-Wellnesshotel. Das ist eine super tolle, großartige Wellnessanlage. Dort werden Sie wohnen in dem Hotel, Sie werden einen wunderschönen Aufenthalt haben und wir werden ganz, 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 ganz viel Spaß haben beim Lehrgang zusammen. Und das finde ich einfach immer das Wichtigste. Ja, jetzt liegt es immer an Ihnen. Was machen Sie daraus? Kommen Sie zu einer entsprechenden Entscheidung, verschieben Sie es nicht auf irgendwann, was viele Leute machen. Ja, das wollte ich auch schon lange mal machen. Machen Sie es doch ganz einfach, das ist doch der Punkt, oder? Kommen Sie zu einer Entscheidung. Ich habe einen Buch geschrieben, auch Verschieberittis, hast du auch diese schlimme Krankheit. Verschieben Sie es einfach nicht mehr, melden Sie sich an, Sie werden da sein, Sie werden ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Und es wird Sie in eine neue Dimension hineinkatapultieren. Also wenn Sie ein bisschen Freude haben in Kosmetik, Wellness und alles, was da zusammengehört, dann ist dieser Lehrgang für Einsteiger, Einsteigerinnen für Einsteiger, ein absolutes Moos. Okay, ich freue mich auf Sie. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss, bye, bye, ihr, euer Ernst Kram.